Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es bleibt ein neuer FZR-Skip. Und zwar, das ist nicht so ein wichtiges Projekt. Also ich mache manchmal Videos, obwohl ich schon früher angefangen habe. Also es ist erst gestern für den KZ. Ich glaube vorgestern oder gestern für den KZ rausgekommen. Und dann fahren wir mal, folgen wir mal. Okay, wir wurden getroffen. Von welcher Richtung weiß ich nicht. Von dort hinten. Den machen wir mal kurz Platz. Okay, das war jetzt. Noch so einer und die sind fertig. Oh mein Gott. Der Start war jetzt nicht so gut. Muss ich ja... Wir gehen glatt durch. War nicht getroffen. Okay, er schießt nicht auf mich. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Okay, der... Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der Gegner... Nee... Okay, ich nehme mal die... Andere Modition. Ich komme... Noch so einer und die sind fertig. Okay, ich nehme die Leichte mit uns schon, oder? Okay, ich gehe mit. In der Richtung. So. Die stellen wir jetzt hinter den. Der ging nicht durch. Pulsierung nicht durchschlagen. Der hat... Der hat... Versteckt mich mal hier hinter. Ich weiß ja nicht wohin der schießt. Ach, wir haben noch die 22 von dieser besseren Modition. Okay, hier kommt einer. Den schafft er eine dringend ab. Ich habe ihn eben gesehen. Wir haben sie bloß erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ich warte mal, bis die Modition wieder aufgeladen ist. Der muss nach hinten. Wie jetzt. Der war nicht. Also erstmal erst erklären, wie mir das Spiel geht. Wir spielen gegeneinander. Wir müssen Panzer abholen. Um die abzugreifen, brauchen wir XP. Und das XP kriegen wir mit dem Panzertöp. Um Gefechte gewinnen. Das müsste einfach zu können sein. Ich hoffe es. Okay, ich muss hier wegfahren. Ganz ehrlich, ich muss hier weg. Was? Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir sind hier so schnell. Okay, ich muss vier und fünf. Das sind meine Boosts. Ähm. Okay, ich habe keinen Highboost mehr. Ah! Sie haben uns! Los! Auf geht's! Auf geht's! das Gefecht wurde beendet wir haben verloren Niederlage 99 es ist richtig wenig das eigentlich überhaupt nicht das was wir brauchen und um den nächsten Panzer zu kriegen brauchen wir also von meiner Sorte den ich schnell will 2.500 und wir haben es 142 nur weil sie gibt es ganz schnell aber wenn man nicht viel das ist es stört und vor allen Dingen endlich stehen das Gefecht gewinnt dann wird das halt nicht funktionieren ich muss mal kurz was kontrollieren ich kann auch mal einen Livestream dazu machen aber heute nicht mehr fläche so da ist einer und da ist einer wir haben sie voll erwischt okay hier ist einer noch und also wir sind umzingelt bis die sagen wir machen den mal Platz wir haben sie noch so eine und die sind fertig ähm also ich kann jetzt geulen und es gibt noch einen zweiten Mal und er zeigt an wo das geschützt kann also wenn ihr euch nicht bewegt das schwarze hier in der Mitte da kommt immer so ein anderer Striche und das ist wie weit die Stichstätigkeit ja sie wissen was ich meine so eine Panzerstattung Spitz ist da wird es ja auch nicht lange das Vertreter machen kann und dann schießt so die Lammesdorf und so auch ab überhaupt auf Platz treffen um ein das bewegt und dadurch wird das wird schnell der Fall und dann wird auch schneller der Panzer zu stört das sie ich hatte es ja ich habe ich habe ich habe Platz ja ich habe Platz okay ich werde es wahrscheinlich RIP sein ich habe nämlich nicht mehr viel mehr angekratzt ich muss von Haus weg list okay ich bin RIP ich hoffe ich bin ja er ich hoffe ich bin ja er ich bin 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 das war nicht so gut dann beenden wir das Gefecht ich bin ich bin das ist jetzt sogar umgegangen sind ich bin 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 ich bekomme ich bin zene dass das fit ist sind noch für der St Enden das Fahrzeug gibt da ich muss noch Kortus überprüfen so sie haben es jetzt kaputt m ich habe jetzt ein Bini also wirklich Panzer ich habe schon noch nie gelernt dass es auf stufe 1 also der ist wirklich schlecht weil mein einziger Panzer den ich bis jetzt gelevelt habe ist wer denkt im Gefecht ok wir machen die mal genau jetzt wurde mein Geist gekroffen danke dass du mir Schutz gegeben hast jetzt sollte der langsam abhauen wenn ich sterbe ja wir töten ihn noch mal schnell wenn er rauskommt warte wie wird angeschossen von irgendwo wo ist das wo ist der Panzer von dem nein ah genau ja ah ich kann den nicht töten so die Basiseroberung startet und ich mach den mal platt denn die wollen ja die Basiseroberung von denen doch ich hätte ihn nicht aufschießen sollen das geschützt ladet ich muss die Basiseroberung ähm wir haben sie voller Weg so schön hier zu sein Leute ich schiebe meine Augen auf den 8-Rate aber Mist ja ich muss hier rein sofort hinter das Teil ich muss einfach nur geradeaus stehen einfach nur weg ich muss einfach nur sagen wir leben in der Welt werden kommt schon ich bin das ist Brandfälle oder wenn die Kette kam, das sollte voll aufgefallen sein. Ich lebe noch zwei Böse und Abpraller! Äh, komm, der ist gleich tot! Mach ich der! Ah, ja! So, lebe noch ein Böse. Also irgendein anderer Spieler des gegnerischen Teams. Wir haben anscheinend keine gute Modikation bei denen. Wir haben aber 72 normale Modikation. Und die Modikation ist gefecht. Also ich kann da entspricht. Und dort ist der Böse, ich will den! Ich wollte den Töten eingehen. Und es gefälscht ist. Ich gucke den Körner, du hast wie vorgelegt. So, jetzt haben wir Sieg. Wir kriegen zweimal, ähm, 362 und Pacoins Schaden 170 insgesamt. Gesamtkreditpunkte 631. Und jetzt hat der 362. Der hat 250, weil wir haben jetzt für den gekämpft. Er entspricht den entsprechend auch die Erfahrung gekriegt. Ich könnte den erforschen. Fortschen, erforschen. Die Modulis. Das dauert noch lang. So. Wir holen uns den. Jetzt ist er wieder da, weil das Gefecht zu Ende ist. Spiel mir noch eine Runde. So. Warten wir noch auf ein Spieler. Auf mehrere Spieler. Ähm, davon könnte ich vielleicht ein Live-Studio machen. Aber... Ja, davon könnte ich, ja. Ja, ja. Ja, ich könnte ein Live-Studio machen. Aber den mache ich höchstens ab. Ich hab schon eine höhere Anzahl an Likes. Also Liked. Ich sag' ich nicht wie viel Likes werden. Likes es werden sollen. Also ich werde nicht nur so viel Likes. Ich sag' ich auf jeden Fall schon eine hohe Anzahl für meine Abonnenten. Also okay, nicht für meine Abonnenten. Aber ähm... Also es sind über 5 Abonnenten. Ich will nicht für... Also nicht 5 Abonnenten, aber 5 Likes. Herzstdurch. Ähm... Und dann mache ich davon einen Live-Stream. Verkunftstreffer. Kritischer Treffer. Und der Live-Stream wird dann anscheinend... Interessant. Das ist die letzte Runde für diese Episode. Und ich muss hier weg. Genau. Und ist hier einfach nur... Geradeaus. Irgendeiner... Irgendetwas... Wäsche ich mich hier an. Ey, guck mal, die bin ich für mich. Das Schutzschild. Also damit meine ich jetzt... Einer steht nicht hinter mir und sagt... So. Bevor ich getötet werden kann, muss ich erstmal den durchschießen. Und ich geh jetzt neben den. Fahr den Berg hoch. Sag... Der hat am meisten Leben. Ich stell mich hier hin. Sag... So. So. Ja, okay. So. So. Jetzt... Der tut ihm da. Wie wir sehen. Ich guck... Keine weiteren Schaden. Es sei denn... Einer ist hier. Der... Okay. Ich kann das Auto nicht kaputt schießen. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ey, wer schießt mich hier an? Das ist irgendwie... Wir haben sie voll erwischt. Okay, da kommt noch einer. Ähm, keiner von uns ist bis jetzt gestorben und kein unserer Teams hat bis jetzt einen Krieg gemacht. Ich will jetzt nicht, dass mein Panzer wieder stürmt. Äh... Eine unserer Ketten wurde getroffen. Das war's schon. Ich fahr mal jetzt durch. Der schießt mich an! Wieso kannst du den nicht angeschießen? Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, hier ist noch einer. Ist ein bisschen galt, okay. Das 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 ist ein bisschen galt, okay. Ja... Okay, ich muss ihn ran. Ich muss ihn ran. Nein! Ich muss ihn ran. An der Seite, das sind nur noch oben. Das ist die Taktik. Aber das ist ganz schwer. Oh mein Gott, okay. Ich probier's noch einmal, dass er mich mal anschaut. Weg. Weg. Tagging klappt durch. Friedische Triffe! Hast mich nicht getroffen. Und jetzt Angriff. Ah, der hat nicht funktioniert. Die Kette ist wieder funktionsfüchstig. Hatten wir töten. Unser Panzer lebt. Noch. Wir haben sie. So, ich warte jetzt mal, bis die Munition nachgeladen ist und dann töten wir den. Okay, es steht aktuell eins zu eins, aber den lagen nicht mehr. Wirkungsstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, ich warte jetzt mal, bis die anderen schießen, dass der nur noch wenig Leben hat. Oh, wir haben drei Kills. Ne. Äh! Wir haben drei Kills und wir haben zwei. Keine Muni mehr. Ja. Okay, dann. Ab. Er will anscheinend doch weiterkämpfen. Wirkungsstreffer. Noch so einer und die sind fertig. Daneben! Okay, das war gut. Geh ruhig weg, ich muss sowieso nachleihen. Ich warte mal, bis er kommt. Ich seh den. Hä? Der ist weg, okay. Okay. Vier. Zu vier. Vier. Zu fünf. Noch so einer und die sind fertig. Fünf Kills. Krass, der ging voll durch ihre Panzerung. Okay, es liegt nur noch ein Böser. Okay, ich hau ab. Ich muss jetzt wirklich abhauen. Ich geh zu meinem Teammitglied. Ich fahre jetzt genau in die Richtung, wo er nicht ist, der Bild der andere Spieler. Das ist der letzte, denn ich will noch überleben in dieser Runde. Oder komm nicht gleich fahren. Ich fahre jetzt einfach an. Ich fahre jetzt einfach an. Weil sonst ist unsere Basis bewegt. Mach mir so lange ne Basis herunter. Bis er sich näher traut. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Er traut sich schon ein bisschen näher, wenn mein Spieler, mein Partner mal angreifen würde. Während ich mich um die Basis kümmere, kann ich nicht voll drauf gehen, dann sind die ganzen Sekunden, die ich jetzt drauf fahre. Er erledigt. Ich summe nur dran, dann kann ich auch sehen, wer wie viel Leben hat, also ich sieht. Besser aus wie Martin Mitglied, die ich mich nicht gleich an. Ich bin nicht gleich richtig. Oder nicht. Und jetzt die Basis erobert hat, oder nicht. Er war doch bestätigt. Das ist die Basis. Vorrednerin, die wir jetzt sowieso noch genügend. Amnesty kippt. Also ich kriege ich meist erraschend zu haben. auch ohne Prämie und Zander und jetzt sollten wir wieder auf 25 1230 Gold haben ich würde sagen das war es erst mal für die Episode Schauer abonniert den Kanal und